hier einmal vorbei und dann pulle ich beide mal dann pulle ich den auch mal dahin nein 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 und die kisten hätten wenigstens da lassen können also ein rotz das ist doch ein beschiss weißt du so ein fortschritt hätten sie wenigstens da lassen können mal gucken sieht die mich wenn ich hier stehe nee wenn ich hier stehe sieht sie mich nicht so dann locken wir erst mal ja das mies oder wirklich erstmal den hier hin und dann muss ich den hier das problem ist da wo die modi nein modi nein hau ab mutti hau ab mutti hau ab sage mir nicht die kommt mir hinterher doch die kommt mir hinterher hat die mich nicht gesehen welche schlichen muss ich noch mal gucken muss ich mal ausprobieren ob die mich sieht wenn ich schleiche ich bleib mal kurz wie soll ich bitte sie steht vor der tür wie soll ich das bitte sehen ja wie soll ich bitte sehen dass sie vor der tür steht das sehe ich doch gar nicht so warten wir mal eben bis es vorbei ist dann ziehe ich den einen weg dann kann ich mir schon mal den einen karton glaube ich ja das problem ist den kann ich mir nicht komplett hier rüber ziehen weil dann blockiert er mir ja den anderen so das heißt ich hole den jungen jetzt hier rüber und dann hocke ich mich in die ecke die ecke nein 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 und zwar Was ist denn das? Jetzt muss ich den Jungen? Ach, verdammt. Schon wieder nicht erwischt. Wieder nicht erwischt. Muss ihn gleich nochmal machen. Jetzt muss ich erstmal wieder hier rüber. Oh, ich muss zu dem Jungen. Der hat schon Angst. Guck mal, der hat Angst. Ah. Alter, nein. Jetzt muss ich warten, bis die wieder weg ist. Scheiße, ey. So, hast du dich beruhigt? Gut, kann ich wieder los. Ich muss nur mal gucken, wo die Mutti jetzt gerade rumkraucht. Ah, die kommt gerade wieder. Aber hier in der Tür tut sie mir ja normalerweise nix. Ja. So, muss ich jetzt warten. Guck mal, hier liegt ein Toter. Also die Schüler sind hier echt krass drauf, muss ich echt mal sagen. So. Junkchen. Jetzt aber. Wir beide. Na? Ich stelle mich schon mal so hin. Ich will halt den anderen nicht puddeln. So. Mutti kommt auch schon wieder. Ist schon echt anstrengend mit der Frau, oder? Ja, ja. Komm, ich komm ja schon. Du musst halt immer wieder zurückgehen und, äh, ihren beruhigen. Weil wenn du nicht weg, äh, wenn du nicht da bist, dann wird der halt nervös. So. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich mach das schon. Ich muss mal eben gucken, wo Mutti ist. Mutti kommt, glaube ich, gerade von unten wieder. Uah! Alter! Alter! Uah! Ey! Das können wir wieder von vorne anfangen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Da kommt sie. Hm. Gehen wir mal da rein. Das Problem ist, ich sehe sie ja auch nicht. So, sie ist gerade unten. Gehen wir den Jungen nochmal beruhigen. Da müsste sie eigentlich gerade hochlaufen. Hi, Luke! Du, ich, 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 das ist auch unglaublich, äh, nervenaufreibend, das Spiel. So, gucken wir mal. Da läuft sie. So, dann pullen wir erstmal den hier. Komm, Harzel. T-t-t-t-t-t-t. Uah! Uah! Fein. So. So, wir warten. Jetzt ist die... Ja, jetzt kommt die wieder zurück. Scheiße. Oh, ja, 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 eine Geduldsprobe hoch 10. Besonders die Angst des Jungen wächst gerade auch ungemein. Ich werde wahrscheinlich, wenn die vorbeigelaufen ist, einmal rüberrennen, den Jungen beruhigen. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weit, weit. Geh mit Gott, aber geh schnell. So. Ich komm ja schon... Oh, guck mal, wie blass der ist. Aber ich glaub, der ist immer so blass. So, guck mal. Ah, hi! Nein, ich kann mich nicht verstecken. Sobald ich den Flur betrete, ist die Agro auf mich. Ich möchte es dir jetzt auch nicht zeigen, weil ich muss sie jedes Mal von vorne anfangen. Ey, cool. Da können wir ja demnächst mal zocken, wa? Wo ist sie denn jetzt? Ach, ich scheiße, die ist schon wieder da hinten. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis die wiederkommt. Obwohl, ich könnte die Kiste ja schon mal... Wenn ich denn richtig stehen würde. Nee, anscheinend nicht. So, Mutti. Sieh zu. Geh. Ah, cool. Kann man ja demnächst mal zocken, wa? Nee, ich will die Kiste ein Stück schieben, bevor die alte wiederkommt. Ja, klappt wohl nicht. Der Weg nach links ist kürzer wie nach rechts. Und der Junge hat schon wieder Panik hoch 10, so wie ihr das seht. Das geht schon wieder nicht. Ah. So, jetzt pullen wir schnell den Jungen hier rüber und dann gehen wir wieder zu unserem Iren. So. Das ist schon mal hier hin. So, Iren. So. Das sind schon mal beide aus dem Weg. Und bevor das hier mit Jungen gleich Platz... Gehen wir mal... Oh, schnell. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm. Ich bin da. Macht nix. Ich bin auch schlecht. Das macht mal überhaupt nix. Übrigens, mein Grinsekatze-Cosplay ist eine Woche nach der Gamescon gekommen, ne? Total super. Hab mich total gefreut. Das Ding war fünf Wochen unterwegs. Die haben es übrigens... Die haben es beim Zoll nämlich festgehalten. Uh, wieder rein. Ich glaub, dann stirbt er. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Komm, Mutti. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Das Ding ist nicht verpackt. Weil eigentlich ist es so, ich soll mich ja dagegen stemmen und, äh, schieben. Aber irgendwie scheint das hier nicht zu klappen. Das geht grad nicht. Oder ich muss mit dem Jungen erst ans Fenster wieder. Das kann natürlich auch sein, dass das aktiviert wird. Komm, wir gehen mal eben ans Fenster. Nee, das ist schon aktiviert. Na gut. Aber manchmal hab ich das Gefühl, äh, es funktioniert auch nicht alles so, wie es sein, wie es sollte. Nee, im Moment, äh, also das ist auch zu groß. Muss ich gestehen. Das ist auch zu groß. Warte mal, ich muss mal eben warten. Ich glaub, die kommt gerade. Ich hab mir überlegt, vielleicht zieh ich es demnächst mal nur sitzender, also zum Jux hier beim Streamen an, wenn es mir wieder besser geht. So, jetzt muss er doch langsam mal hier, so, der muss sich davor und, jawohl, schieb, 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 schneller, schieb, schneller, schieb, schneller, schieb, schneller, schieb, schneller, komm, schieb. So, jetzt, stopp. So. So. Schieb, schneller, schieb, schneller, schieb, schneller, schieb. A bit more, almost there. Jesus, that hurts a lot. Help me north, give me some time to escape. Okay. Dark bark, freeze. Careful, it's dead. Iron, too, freezing him. What? Twice quickly. Ich kann nämlich auch gerade nicht laufen. Wolf bark, so an der Ehe. Wolf bark, so an der Ehe. Komm her, Jung. Kann ich nicht... Kann ich dir nicht helfen, oder? Ich habe gerade nicht gecheckt, was ich da machen soll. Ach so. Autsch. Wann soll ich denn hier hin? Ah, der lockt gerade an der Hand.